Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video Werbung in eigener Sache und zwar meine Facebookseite, denn wenn ich irgendwelche News poste, dann mache ich es nicht auf YouTube, den YouTube-Feed ist ziemlich unübersichtlich und naja, kennt man halt, ne? Also, wenn ihr vom Kanal seid, einfach dieses kleine nette Symbol hier anklicken, das ist eine Idee, oder ihr sucht auf Facebook einfach nach, tadaa, Deathwing Gaming, wer hätte das gedacht? Ja, hier alles an Infos für euch, was ihr braucht, haben möchtet, ihr könnt mit mir auch einfacher kommunizieren, also mit einem Posting an YouTube, ja, um auch irgendwas aus dem Motto 2050 rausbekommen, mal sehen, ist auf jeden Fall für euch einfacher und nein, ich bringe damit auch kein Geld, also jetzt nicht, was ihr denkt, ich mache das hier, damit ich Werbung bekomme, ich habe hier, hier ist ein Null, also zumindest von mir ist hier Null Werbung drauf von Facebook natürlich und hier halt News, wenn irgendwas Spezielles rauskommt, an der Stelle auch mal Werbung für Diablo 3 mit Lost Hardcore, macht auch Spaß, jo, dann würde ich mal ganz einfach behaupten, wir sehen uns auf Facebook, so, danke fürs Zuschauen.